Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal die Kirche in Rabenau. Was geht los? Da war ich ja heute mal pünktlich. So, also heute war es mal richtig pünktlich. Ich werde mich fast verspürtet. So. Und wir werden sicher auch dann einen Rundgang machen. Können wir jetzt schon mal beginnen. Also auch eine sehr kleine Kirche. Sie steht, wie gesagt, in Rabenau. Den Namen weiß ich leider noch nicht genau. Kann ich ja dann später nochmal gucken, wenn sie aufgehört hat. Also hier, wunderschön. Steht auch was in Altdeutsch geschrieben oder irgendwie sowas. Ich kann es irgendwie nicht lesen. Zu verschnörkelt. So, wie gesagt, die Kirche steht auch im Friedhof. Wir hören es ja gleich wieder. So. Jetzt nochmal in die andere Richtung. Ganz oben kann man nicht. So, wir können ja nochmal weiter hingehen. Auch eine sehr, sehr schöne Turmuhr. Also diesmal waren wir wirklich sehr, sehr pünktlich. bis zum Beispiel. Okay. Aye. Gentlemen. Jetzt bin ich einci ident. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir können ja nochmal einen anderen Winkel ausfüllen. So, vielleicht von hier. Hier lauft man aber noch ein bisschen. Also. So, wir haben auch einen sehr, sehr schönen Eingang. Große Kirchenfenster. Ja. also es ist wie gesagt die kirche hat zwar keinen richtigen namen also also wir haben den wie gesagt nicht gefunden ich habe nicht gefunden den namen aber es wurde mir irgendwie gesagt dass die dorfkirche heißt es ist wie gesagt von ramenau ich glaube ramenau ist auch ein dorf also eine richtige stadt ist es nicht und 1736 sehe ich hier gerade guck mal könnt ihr das lesen 1736 anscheinend wurde sie da erbaut ja ciao